Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei KrachmuggaTV. Ich bin Ernie, es ist Mittwochmorgen, ihr bekommt heute Abend, jetzt wenn ihr es seht, ist es ja dann soweit, die Show. Ja, stellen wir hier mal ab. Ich würde sagen, wir lassen das heute mal wieder ganz gemütlich angehen. Prost Kaffee. Heißer, schwarzer Kaffee, das ist so gut. Und tröstet mich auch darüber hinweg, dass da die LED-Lampen noch jetzt schon kaputt sind. War klar, dass das natürlich gleich zur Stream-Premiere passiert. Wie ihr wisst, oder wenn ihr es nicht wisst, wisst ihr es jetzt. Am Wochenende wird während der Zeit, wo keiner raus darf, bei Krachmugga gestreamt. Freitag, Samstag, immer um 20 Uhr. Ich werde da morgen nochmal ein Infovideo raushauen, weil wir heute Abend erst testen werden. Wahrscheinlich gehen wir sofort dann zu Twitch über. Das hat er die ganze Zeit geleckt am Wochenende. Das war ein bisschen schade. Der Ton ging klar. Letzten Endes kann man sowas, glaube ich, auch gut einfach nebenbei laufen lassen. Ich bin wie immer ein bisschen nur am Schnacken, schnacken mit euch ein bisschen im Chat und so weiter. Und so ist das. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, das können wir alles irgendwann später mal nachholen. Wir reden heute über Dark Throne. Eine Mittwochs-Krachmugga-Show über eine einzige Band. Das ist natürlich schon erstmal so ein bisschen... Ach, hier übrigens die gute Omen. Battle Cry ist einfach ein grandioses, tolles Heavy-Metal-Album. Über eine einzelne Band zu machen. Ja, das ist immer so eine Sache. Aber ich denke, Dark Throne, die sind so vielfältig. Und so bei ihrem Ding, das kann man gut machen. Und auf die Idee bin ich eigentlich auch nur gekommen. Normalerweise hättet ihr jetzt eine Montags-Top-5 bekommen. Da wollte ich dann Top-5-Alben und Top-5-Songs machen. Und dann habe ich festgestellt, das kriege ich unter einer Viertelstunde auf gar keinen Fall hin. Da mache ich einfach mal ein ganzes Ding drauf. Da sind wir schon fast mittendrin. Ich gehe die Diskografie zwar durch. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Ich möchte mit euch meine Dark Throne-Sammlung durchgehen. Alles, was ich auf CD und Vinyl habe. Ich habe mir die Sachen von der bezaubernden Tasche hier mit dazu gelegt. Und habe dann noch so ein paar kleine Specials nebenbei. Gleich vorne weg, jetzt wohl für die richtigen Nerds. Ich habe nichts Besonderes. Ich habe keine Raritäten von Dark Throne. Und meine Sammlung ist auch noch nicht mal außerordentlich groß. Trotzdem machen wir uns jetzt einfach eine schöne Zeit, würde ich sagen. Ja, Dark Throne. Das ist ja echt so ein Ding. Kurz vorweg nochmal bei den Top-5 nagelt mich nicht drauf fest. Bei den Songs insbesondere war ich echt am Straucheln. Das ist mal so, mal so. Da bin ich ein bisschen ambivalent. Ne? Ja, das erste Mal auf Dark Throne gestoßen. So richtig, glaube ich. Es müsste hier in der Nummer 5 von 95 des Ablaze Magazins sein. Hier müssen wir mal gucken. 4 D-Mark hat die damals noch gekostet. Und hier vorne Fenris auf dem Cover. So, und ich sage es euch so, wie es ist. Ungelogen. Ich habe das Ding bestellt. Fragt mich nicht, wo. Also, ich muss mittlerweile sagen, Ich glaube, es kann sogar wirklich bei Last Episode oder wie es dann damals auch gehießen hatte. Erst sind sie vom Label von Bad Religion verklagt worden. Dann war irgendwie dies und jenes. Und irgendwann hießen sie dann ja Black Attack. Und dann war ganz Feierabend. Ob ich es da schon bestellt habe, das kann sein. Es kann aber auch sein, wie das damals eben so war. Bei Nuclear Blast oder bei IMP wahrscheinlich. Ich glaube, bei IMP nicht. So, und ich hatte das bekommen mit der Post. Habe es aufgemacht. Mittagessen mit Vater und Bruder und Muttern da am Tisch. Ich gucke mir das an und denke mir, Alter, ist das düster. Was sind das für kaputte Leute. Auch hier noch so das Post von Satyricon mit dabei. Und fahre dann ganz trocken nebenbei. Alter, was sind das denn für Kasper da. Da seht ihr, aber das hatten wir alle schon mal. Also, nach wie vor auch wirklich ist das, finde ich, eines der grandiosesten Black Metal Fotografien mit überhaupt. Ja, man kann, wir bleiben beim norwegischen Black Metal. Man kann die norwegischen Black Metal jetzt nicht auf eine Band runter reduzieren. Wenn wir schon bei Norwegern sind, vielleicht sind drei möglich. So, und dann nimmt man natürlich die May-en-Bootsum-Geschichte allein der Historie wegen. Aber gleich danach kommt dann eben Dark Throne. Ja, und wenn man dann weitergehen würde, könnte man in einer anderen Show noch mal machen. Dann wären wir sicherlich irgendwie bei Immortal, Mardok würden dann kommen. Ach, na gut, das sind dann Schweden. Aber, ja, das soll gar nicht Thema sein. Dark Throne, ja. Die erste, die ich habe, also nicht die erste, die ich mir gekauft habe, das ist das Bootleg hier. The True Legends in Black. Das ist ein Dark Throne Mayhem Split. Wie gesagt, Bootleg, steht auch gleich noch nicht mal ein Label mit dabei. Bei der Mayhem Morbid ist das, glaube ich, da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. Aber hier haben sie eben das Tulkandra-Demo mit drauf. Also Dark Throne hatten eben drei Demos, bevor dann eben das erste Album gekommen ist, die Soulside Journey. Und ja, Tulkandra, das hat schon so irgendwo so seinen, das heißt, seinen Charme, auch so seinen Legenden-Status irgendwo. Witzigerweise wird das hier natürlich rezipiert auf einem, ja, auf einem Black-Metal-Album. Also zusammen mit Mayhem, mit dem Death Crush. Was natürlich auch schwierig ist, jetzt irgendwo so in die schon richtige klassische Black-Metal-Schiene zu schieben. Da sind ja Mayhem dann mehr mit der Demis, der Sturm, Satanas dabei. Aber das ist ein schönes Ding. Es ist ein schönes Zeitdokument. Es ist auch hier vom Foto her, ist das eine tolle Sache. Und klar, irgendwo hat man da, obwohl mit der Soulside Journey natürlich ein richtig geiles Death-Metal-Album gekommen ist, was man heute gerne mal vergisst, wenn man über Dark Throne spricht, beziehungsweise oder es auch wieder schnell hervorgehoben wird, weil man neigt eben dazu, von den ersten vier Dark Throne-Alben zu sprechen, um zu vergessen, dass eben das allererste Album nicht Ablays war, sondern eben die, ja. Und so ist das. Das ist das Demo. Ich weiß nicht, wo ich das jetzt her hatte. Die Soulside Journey, da werdet ihr mich jetzt wahrscheinlich... Nee, der Steffen von Cryptic Root und seine bezaubernde Freundin, schöne Grüße hier an dieser Stelle, werden mich dafür wahrscheinlich geißeln. Aber genau das Album habe ich nicht und auch relativ wenig gehört. Aber gestern dann doch nochmal, um hier dann doch ein bisschen Substanz nochmal zu haben. Es ist schon geil. Es ist schon wirklich ein gutes Death-Metal-Album, was auch so irgendwie für seine Zeit doch ein gutes Ding gewesen ist. Naja, und ich meine, das war, ja, 91 bis 92 dann so der Kracher kam. Und da haben wir hier die, müssen wir das einigermaßen mal sortieren, damit ich hier jetzt nicht irgendwie in totales Durcheinander komme. Aber das machen wir so. Meine ersten Sachen, das waren alles CDs. Und jetzt, glaube ich, müssten auch sogar die ersten vier, die habe ich gebraucht, von einem Kollegen bekommen. Deshalb, das sind noch alte Sachen hier. Wenn man vom allerersten Black-Metal-Album spricht, so, ne? Und ich denke mal, auch so das Ikonischste. Da können wir hier von der A Blaze in the Northern Sky natürlich sprechen. Und gleich vorweg, ihr bekommt hier meine Top 5 und meine, also meine Alben und meine Song Top 5 hier immer regelmäßig geupdated, eingeblendet. Und ich sage mal, von den, von fünf Alben, die ich eine Top 5 setzen würde, wäre das Platz 2. Ja, doch, die A Blaze in the Northern Sky, die ist noch anders, die ist noch ungestüm, die ist roh. Da hörst du, dass Darks so zu dem Zeitpunkt die Schnauze voll hatten von diesem glatt gebügelten Death Metal, der dann irgendwie immer angesagter gewesen ist. Und einfach einen Kontrapunkt gesetzt haben. Da hast du natürlich hier, ja, in the Shadow of the Horn ist auch gleich Platz 2 meiner Top Songs. Das ist ein Hit. Das ist, wie im Grunde genommen müsste sowas in einer Reihe laufen mit Mother North, mit Blushirk und mit The Secrets of the Black Arts und so weiter, ne? Also, das ist schon ein geiles Ding natürlich. Aber dieses ganze Album selber, es hat noch nicht so diese, diese richtig, diese Dichte, die Darks so später erreichen, aber, naja, und dann, und das Cover artwork. Es ist, es ist wirklich, das ist Black Metal, Kinders. Ja, und dann ging es weiter. Ich muss mir das mal so ein bisschen so entlegen, vielleicht habe ich dann immer noch mal ein paar Fuß. Dann haben wir die Under a Funeral Moon, genau, 93 dann schon. Also, ich glaube, es gibt zwei Alben, die, wenn man über Darks so spricht, immer wechselweise von den Leuten als das Darks so ein Alben hingestellt werden. Und entweder ist es natürlich die Under a Funeral Moon, hier auf Peace While rausgekommen, oder es ist dann der Nachfolger, die Transylvanian Hunger. Und das Ding hat natürlich echt, also das ist nochmal ein ganzer Sprung in Sachen Black Metal nach vorne. Das ist, ja, ihr müsst da einfach mal irgendwas, also hier Natasja in Eternal Sleep zum Beispiel, so, das ist ja schon mal so ein, das ist ja auch so ein weiterer Hit aus der ganzen Sache. Habe ich hier, das, ja, das ist übrigens Platz 5 bei mir. Das ist Platz 5 für meine, Wilma, was ist los? Wilma sitzt da nebenbei, die will gleich raus mit der bezaubernden Natascha und ein bisschen durch. Wilma, mach mal Platz. Ja, wir bleiben hier alle ein bisschen gelassen am Mittwochmorgen. Und, ja, True Norwegian Black Metal hier. Das, ja, ja, der und... Natasja, das ist also, das ist also, das ist in Sachen Atmosphäre. So ein Ding hört man auch am Stück. Deshalb habe ich hier auch, glaube ich, gar keinen einzelnen Song für mich so rausgegriffen in der Top 5. So was muss man am Stück hören. Als ich es das erste Mal gehört habe, das ist eben auch so eine Sache, da war Dark Zone für mich ganz seltsam. Aber da muss man auch überlegen, wie man zum Black Metal gekommen ist. Und um das ganz kurz zu machen, bei mir wurde es ja, ich sage mal, von Scorpions über Iron Maiden über dann Running Wild immer härter, bis ich dann bei Amorphous, bei Carcass, Morbid Angel war. Und dann meine allerersten Black Metal Songs, die ich gehört habe. Das dürften To Eve, The Art of Witchcraft von Cradle of Filth, von der Principle of Evil Made Flash sein. Und von, und Night's Blood von Dissection, von dem Dissection Album. Das, also, das ist natürlich, das waren so Sachen. Und dann bin ich auch in so eine ganz andere Richtung gegangen. Da waren für mich Sachen wie Raven Dusk in My Heart von Diabolical Masquerade. Ich habe von Mardok die Opus Nocturne gehört. Und natürlich dann meine drei erstgekauften CDs über Bergtat, In the Night's at Eclipse von Emperor und Enslaves Frost. Und da hat man natürlich so eine Sache. Und dann hörst du so ein Album wie Under a Funeral Moon. Das hat gedauert, bis das bei mir gezündet hat. Da mag es andere geben, die waren von Anfang an dabei. Aber das kommt immer so auf den Weg an, wie ich auch, das habt ihr vielleicht, oder kriegt ihr ja so ein bisschen so mit mittlerweile, wie sich da so meine Hörgewohnheiten immer mal entwickeln anhand der Show, seht ihr das ja auch. Und da sind dann solche Sachen wie, ja, liebe Zauberte, Natascha hat die Rähnmama rausgeholt. Da sind dann solche Sachen dabei, dass ich jetzt zum Beispiel gerade festbilde, ich immer mehr auf so eine Neues-Geschichten, dass ich jetzt erst dazu komme, so Raw Metal gerne zu hören, Kabbalah oder dann eben auch Mersbo, dann im Kontrastprogramm Bohren und der Club of God. Das ist spannend, finde ich, über solche Sachen zu sprechen. Das ist spannend, sowas zu beobachten, auch an sich selber, wie sich das immer so blockweise verändert. Dann gibt es wieder Phasen, da höre ich dann weniger Black Metal. Dann gibt es Phasen, ja, und so wie das immer ist. Und dann kam das böse Album von Dark Throne. Da hat sich dann einiges verändert für die beiden, die ja letzten Endes dann noch Ted und Gylwe, also Nocturno, Kulto und Fenris, die Transylvanian Hunger. Wie gesagt, neben der Under a Funeral Moon vermutlich führt den Großteil der Black-Metal-affinen Gestalten die beiden wichtigen Alben, also der ersten vier Black-Metal-Alben von Dark Throne. Nee, da brauche ich ja gar nicht so machen, das stimmt in dem Fall ja. Transylvanian Hunger, wahrscheinlich der meistgecoverte Song von Dark Throne. Es ist gar nicht so mein Album, muss ich sagen. Die Under a Funeral Moon natürlich schon, aber die hier, da geht so. Also, richtig sagen kann ich das jetzt auch gar nicht, woran es liegt, weil dann hört man es dann doch mal durch und dann stellt man fest, das werden hier bei einigen anderen Alben dann auch noch kommen. Aber hier, da haben wir es natürlich. Was Dark Throne praktisch den Label-Rauswurf beschert hat, was ein jahrelanges Chaos der Band beschert hatte und dann eben auch den Gang zu Moonfog. Zu Moonfog, dem Label von Satyr von Satyricon. Haben wir hier. Denn, dann kommt es, ich denke, das ist mein Platz 1 der Alben. Da sind auch meine beiden Platz 1 Songs bei. Ich konnte mich dort nicht entscheiden. Ihr wisst, über welches Album ich spreche. Na gut, von der Reihenfolge her ist es sowieso klar. Aber das ist das Panzerfaust-Album. Also das hat, ich glaube auch, das war das erste Dark Throne-Album, was bei mir so richtig gezündet hat. Das Ding ist einfach krasser Wahnsinn. Das ist eine Atmosphäre. Ich muss auch dazu sagen, also da gehe ich natürlich nicht ins Detail. Da trinke ich lieber erstmal einen Schluck Kaffee. Nee, schon sagte im Stream, das schwarze Heroin für Morgenmuffel. Quintessenz und Entwind of Sorg, das sind zwei Songs, die immer noch Gänsehauen. Und die Zeit damals, auch als ich das gehört habe, die war für mich finster. Da passte das Album zu. Es ist Celtic Frost lastig. Definitiv. Ganz klar. Und es ist auch in der bisherigen und nachfolgenden Diskografie, steht das irgendwo auch für sich selber. Wir haben jetzt natürlich damals die Situation gehabt mit Transylvanian Hunger und dann der Gang zu Moonfog. Und so kommt man dann hier an Holy Black Metal mittlerweile und The Most Hated Band in the World. Hier, das betone ich deshalb. Ich möchte da gleich nochmal was zeigen. Jetzt muss ich hier nämlich einmal was schauen, ob das hier drinnen ist. Nein, es ist hier jetzt nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am hakeln. Irgendwo ist noch Spruch drinne hier mit Can Leak Mother Marry's Asshole in Eternity. Hier, Dark Zone ist halt keine politische Band. Achso, Dark Zone is certainly not a nazi band or a political band. Those of you who still might think so, you can link Mother Marry's Asshole in Eternity. Es ist tatsächlich Panzerfaust. Natürlich logisch, dass das nach der Transylvanian Hunger dann kommt. So, und das ist jetzt ganz interessant. Ich habe hier die Back on Black Vinyl Edition auch noch vom Album. Und wenn wir uns das Ganze dann mal im Detail angucken, werden wir feststellen, dass sie das... Ja gut, The Most Hated Band in the World ist noch drauf. Layout nur einigermaßen verändert. Aber wenn ich es jetzt nicht komplett übersehen habe... Nein, das ist sowieso nur ein Einleger. Ich weiß jetzt nicht, also die Back on Black Sachen glänzen jetzt auch nicht unbedingt durch Liebhaberei. Kann das sein? Dann könnt ihr mir vielleicht auch nochmal sagen, so an die Nerds die Frage, ich finde die soundtechnisch auch ein bisschen platt. Kann das sein? Also ich weiß nicht, es gibt ja auch mehrere Auflagen. Mittlerweile sind sie ja auch wieder bei Peace, weil hier Moonfork und so weiter. Ja, Dark Zone. Ich lege die einfach mal hier vorne in die Ablage rein. Und dann gab es damals zwei Bands, mindestens zwei Bands um die Zeit, um 96, 97... Warte, kann ich vielleicht genauer sagen? Ich wollte jetzt gerade noch nicht. Na gut, geht bis in die 2000er dann rein, die als die besten Dark Zone Cover Bands gesehen worden sind. Bands, wo man gesagt hat, also die atmen genau das, was an Dark Zone am wichtigsten gewesen ist in der Anfangszeit. Na gut, man kann Dark Zone halt so gut in verschiedene Episoden einteilen. Demo-Zeit, dann Soulside Journey, dann die ersten vier. Und zu dem weiteren kommen wir ja gleich. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist Graven of Misantrophic Spirit. Das war so das Demo damals. Diese Version hier habe ich nie im Ganzen hören können. Sprang halt gut und ich hatte mich da mit dem Kollegen da aus der Band auch mal drüber unterhalten. Das ist halt so eine Sache mit dem Brennen von DVDs, von CDRs. Das ist so eine schöne Sache, dass heute wieder die guten Kassetten-Demos zurückkommen. Die leiern ein bisschen irgendwann, sind aber charismatisch. CDRs waren zu ihnen einfach schon immer Bullshit. Das muss man ja mal ganz deutlich sagen. Graven natürlich. Und dann haben wir hier die Iswind. Hier, auf Solistium noch rausgekommen. Aus Moormeerland gibt es auch nicht mehr. Da sind auch echt Kracher rausgekommen. Die Darkwater-Style, das ist wirklich, das ist Darkthrone so. Und Darkthrone wäre jetzt auch das Digipack hier abzufackeln über der Kerze. Deshalb lege ich die mal wieder weg. Schön so ein bisschen geprägt hier so. Das ist doch wunderbar. Schöne Sache. Ja, was ich mir noch rausgenommen habe, mach mal einmal so. Natürlich hatten die beiden, Oktono Kulto und Fenris, auch immer mal Nebenprojekte oder in anderen Bands gespielt. Ich habe, glaube ich, noch das ein oder andere, aber als ich mal so meine CDs durchgegangen bin, ihr wisst und wundert euch vielleicht, der ein oder andere hier, Ernie, immer wie nö und bla, was soll das hier mit den CDs? Ich habe wirklich zwischen 95, 96, wo ich mir die, eigentlich auch schon früher mit den ganzen anderen Metal-Sachen, bis hin zu Punkt X, immer nur CDs gekauft. Heute beißt man sich ja einen Arsch für, weil hättest du damals schon die Platten gekauft, da hätte ich hier Werte drin stehen. Da könnte mir keine Krise der Welt mehr was mit anhaben. Aber da haben wir das Gute, ihr seht, sie sind alle total zerledert, die CDs, ne? Die Güte Dötheim Skat, wo Fenris Schlagzeug, ne, ach Bass, aber Bass und Bokal, wie komme ich denn auf Schlagzeug? Bass gespielt und gesungen hat. Und Dötheim Skat durch die Diskografie, eine geile Band, hier aber noch ganz anders, ganz oldschoolig, mit mega gutem Gesang. Also Fenris hat einfach so eine Bandbreite an verschiedenen Stimmen. Und in diesem Fall, das ist böse, ne? Also die Kron-Til-Konge, das ist ein massiv gutes Album. Dann hat er mit Isengard, hier die Höstmörkel, mag ich besonders sehr gerne. Ja, die hat so ein bisschen, na, punkig kann man nicht so richtig sagen. Irgendwer hatte mal eher 80 den Vergleich gezogen. Aber so durch den Klagesang, das hat schon irgendwo so einen ganz eigenen, äh, ja, das ist, das, ne, ne, das ist schon gut. Es gibt natürlich noch die Wintersgugge, aber das hier, gut, der Storm, Norderwind, was er da zusammen mit Satyr und mit Kari von Third and the Mortal gemacht hat. Ja, siehste, die habe ich hier schon komplett zerledet. Das passiert nur vor der Kamera. Sowas passiert grundsätzlich nur vor der Kamera. Ähm, ich bin mit meinen CDs früher wie Scheiße umgegangen. So, war auch die Zeit und wenn man da mit acht Leuten noch 40 Quadratmeter wohnt und wie auch immer. Äh, so, also das Ding ist wirklich, ne, aber gutes, gutes, äh, ich weiß gar nicht, wie man das Genre nennt. Es ist ja, es ist letztendlich folkloristische Musik mit E-Gitarren oder wie auch immer. Naja, so, das wollte ich nur mal kurz am Rand. Ich habe hier noch eine Compilation. Da sind Sachen von den Demos drauf bis hin zu den ersten, ja, äh, drei Alben. Muss ich mal gucken. Transylvanian Hunger, Blazing in the Northern Sky, Soul's Journey Under Funeral Moon, A New Dimension, also Demo, Tulkandra. Ja, ist die Frage, ob man sowas braucht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, woher ich die genau habe. Ich stehe nicht so auf Compilations. Das ist so, ich kaufe mir dann doch immer die ganzen Alben. Natürlich für einen Überblick, wenn du keine Ahnung von Dark von hast, dann ist das sicherlich eine wunderbare Sache, um jemanden ranzuführen. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Album. Nein, jetzt, äh, jetzt kommen wir erstmal zu einer langen Zeit der Stille hier. Goat Lord hätte eigentlich nach der Soul's Eye Journey erscheinen sollen, ist schon eher Death Metal Album noch, ne. Äh, 96 rausgekommen. Äh, Total Death, Ravishing Grimness, Preparing for Wars, noch eine Compilation. Ravishing sind alles Alben, ja, da habe ich da schon aus den Augen verloren. Entweder ich habe ganz andere Sachen gehört, äh, mich haben die Sachen auch nicht so wirklich beeindruckt. Da könnt ihr ja einfach mal raushauen, bei den Sachen, wo ich jetzt sage, dass ich die jetzt einfach nicht habe oder hier, äh, komplett rüberfallen lasse. Wo sind die Schätze? Wo sind so unter diesen Alben so die Songs, wo man sagt, ja komm, das solltest du jetzt aber schon mal gehört haben. Dann, das solltet ihr mir doch einfach mal sagen. So, damit ich jetzt hier nichts raus habe, genau, wir hatten schon meinen Platz 1 Panzerfaust unter den Alben. Zwei ist A Blaze in the Northern Sky. Äh, dadadadadak. Und fünf ist Under a Funeral Moon. Unter den Songs haben wir genau Quintessence oder In Wind of Zorg, ich kann mich nicht einigen auf eins. In The Shadow of the Horns ist für mich ganz klar Platz zwei. Und dann haben wir's. So, jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Ding hier, und zwar der Pleckjubiel da. Die ist deshalb hier so ein bisschen, ja, weil ich mal einen Wasserrohrbruch in der Bude hatte. Und wenn du die CDs halt alle auf den Boden stapelst, dann sieht das dann scheiße aus. Das war richtig ätzend. Da ist mir einiges auch über den Jordan gegangen. Und mit diesem Album kam ein Bruch. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt falsch schließe. Es ist das erste Album mit einem farbigen Cover. Und ich habe mir da so ein bisschen mal Gedanken gemacht, und das ist jetzt alles ein bisschen vage. Das ist ein bisschen vielleicht auch in den Haaren herbeigezogen, aber ihr müsst mal überlegen. Also dieses Album hier kam, Plaggiewielder, oder Wilder, habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, 2001, genau, kam 2001 raus. 1999 kam so das Satyricon Rebel Extravaganza-Album raus, was ja stilistisch nochmal eine ganz neue Schiene eingeschlagen hat. Also sehr industrial, lastig und ich sag mal in Sachen Black Metal auch nicht nur Freunde gefunden hat, aber auch im Nachhinein doch eine ganz innovative Geschichte ist. So, Dark Souls sind zu Moonfog gegangen. Und irgendwie hatte sich zu der Zeit auch irgendwo so ein bisschen was, ja, vereinheitlicht auf dem Label, so was sie so gemacht haben. Ja, auch mit dem Pantera haben sie was zusammen gemacht hier, also Satyricon. Und ich habe mir mal draufgeschrieben, was so 2000 und 2001 rausgekommen ist, nämlich Gehenna Murder, Satyricons Roadkill Extravaganza, der Road Movie, also das Video, was ich durchaus amüsant finde. Von Thorns kam das erste Album raus, das komplette, müsste das erste sein, davor war glaube ich ein Split. Und von Cold Masterpiece of Pain. Und wenn ihr euch die Coverart wirklich mal so ein bisschen anguckt und das anguckt und überhaupt so was zu der Zeit ist, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Dark Souls mit diesem Album das erste und einzige Mal doch so ein bisschen sich haben auch verleiten lassen. Von außen. Kann man das so sagen? Was würdet ihr denn dazu sagen? Ist eine unwichtige, aber eine unwichtig gewagte Sache. Also ist jetzt auch nicht so irgendwie die große Enhüllungsstory hier von mir. Ansonsten ist es ein überraschend gutes Album. Ich weiß, dass ein Kollege von mir das damals gehasst hat, der hat das bekommen, hat es gesehen, hat es einmal durchgehört und weggeschmissen. Natürlich hier auch der Schriftfond hier, so das ist alles, der ist so sehr modern. Aber es ist an sich ein gutes Album. Also es ist weder eins von den, also es ist jetzt keins von den ganz Großen, aber schlecht ist es auf gar keinen Fall. Was mich dann an den, nachdem ich nach den ersten vier Black Metal Alben bei Dark Souls so ein bisschen raus war, doch wieder, was ich gut fand, das war die Hate Them. Und die Hate Them, die ist wirklich düster. Die hat wieder richtig gute Riffs. Und wegen diesen Riffs hat es ein Song hier auch in meine Top 5 geschafft, nämlich die Why Did We Stand. Das ist mein, ach, genau, morgens früh, ich würde mal sagen, Zeit für einen Schluck Kaffee. So. Die Why Did We Stand ist mein Platz 4. Großartiger Song. Also dieses Deng, 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 Deng. Oder dieses gerade der letzte Ton ist einfach auch noch so schön. Ist das, ist das Moll? Ist das, äh, oder Dissonant? Oder, ach ja, es wäre so schön, wenn vor der Kamera jemand steht, der so richtig Ahnung von Musik hätte. Dann hätte das Ganze hier so tolle Substanz. Nein, gutes Ding. So. Und dann ist was passiert bei Dark Thrawn. Also, Fendris hat angefangen, nur noch Platten zu kaufen, wo die Protagonisten große Sonnenbrillen und keine Emperor-modernen Matrix-Brillen aufhacken. Und haben ein Album rausgebracht, was so grandios wie, es ist einfach, The Cult is Alive. Meine Fresse, ist das ein starkes, ist das überhaupt Black Metal? Keine Ahnung. Too old, too cold ist, also The Cult is Alive ist Platz 3 meiner Album. Und Too old, too cold ist Platz 3 meiner Songs. Ich weiß nicht, warum das hier immer übereinstimmt. Das war unabhängig voneinander. Aber, scheiße sind da Rocker drauf. Also, äh, Atomic Coming, Graveyard Slut, ne? Also, ich kann ja einfach alle. Whisky Funeral, das sind alles, das ist ein Hit, das ist Punk-Black Metal. Das ist schwarzer, schwärzester Punk. So, das ist also wirklich richtig. Das ist nicht diese Sache, wovon ich, wenn ich über Deutsch-Punk rede. Deutsch-Punk ist nochmal was anderes. Und insbesondere die Bands, die ich dann nenne, haben ja immer noch eine bestimmte Färbung vom Sound und von den Inhalten. Aber Punk ist ja nicht nur das. Da gibt es ja auch noch weltweit verschiedene Dinge. So, jetzt überdecke ich mal die Unk-Fail hier. Übrigens auch ein tolles Album aus der Schweiz, falls ihr das noch nicht kennt. Dann kommt die Trilogie. Na, also alle vom gleichen Mauler mit hier, ja, wie, äh, wie Eddie über die Darkthrone-Version hier. Da haben wir Fuck Off and Die, da haben wir Darkthrone and Black Flags. Muss ich mal gucken. Hier natürlich schön das Detail mit dem Nocturnal-Patch. Ist das sogar das Album? Muss ich mal kurz gucken. Äh, ne, Hiking Metal-Punks, äh, Will & Higer sind. Das müsste, glaube ich, auch die, äh, Wohnort, der Wohnort von Nocturnal sein, wenn ich mich da jetzt nicht ganz vertue. Also, soviel ich weiß, haben die sich einfach mal getroffen. Hanging Out in Higer. Genau, das ist ja auch das Album. So, und diese Alben sind, die kann man, also das ist im Grunde genommen ein Ding, das kannst du alles am Stück hören. Das ist großartig. Und besonders herausgreifen möchte ich hier Circle the Wagons. Und, äh, Circle the Wagons ist, äh, mein Platz vier von den Alben. Und im Grunde genommen auch, aber da habe ich den, hey, ach was, den habe ich gar nicht raufgenommen. Das ist gar nicht, das ist, also, ja gut, da habe ich das Album halt genommen. Aber der Song ist halt einfach grandios. Also, alter Schwede, das ist richtig, richtig gut. So, jetzt habe ich hier Platten. Ach, ich stelle die einfach jetzt hier nach vorne. Dann geht das hier auch nicht so durcheinander mit den Platten und mir fällt nichts runter. Hab ich hier was ausgelassen. Ähm, Hate the... Sadonic Wrath habe ich natürlich ausgelassen, aber die kenne ich auch kaum. Habe ich nicht und, äh, so ist das, ne? Aber jetzt dürften wir hier, ja, jetzt sind wir vollständig. Das ist The Underground Resistance. Und das ist das Lieblings-Darkfront-Album, der bezaubernde Natascha. Es ist ein richtig geiles Album, aber auch ein Album, wo ich von den letzten Sachen von Darkfront häufig gehört habe, das den Leuten überhaupt nicht gefällt. Falsett-Gesang, irre Songs und ich weiß gar nicht. Also, äh, Leave No Cross Unturned ist mein Platz 5 Song. Und, äh, das ist, äh, einfach auch von der Rhythmik. Ihr müsst euch einfach mal diese Rhythmik und Leave, Leave, Leave No... Ich kann das so, äh, ja, kein Rhythmusgefühl, ne? Das ist ja Mario-Punk. Äh, Leave No Cross Unturned ist mega gut, aber auch Valkyrie ist großartig, dieser... Du kannst das nur, du kannst sowas nur nachsingen, wenn du suchst, da stehst, ne? Das siehst du ja auch bei Fenris. Fenris, der totale, Fenris ist vollkommen drüber. Und, ähm, Nocturno Culto, der ist einfach locker wie immer, ne? Nocturno Culto, der ist die Ruhe selbst. So, das ist ja der Gelassene. Der haut dann halt einfach mal so, äh, 13 von 10 Punkten Riffs raus. Aber, äh, das ist, äh, der, der, der ist bei sich, ne? Nein, das ist ein tolles Album, muss man sagen. Ein Album, was die bezaubernde Natascha sich geholt hatte, ich... Bis jetzt noch nicht so die Zeit hatte, mal wirklich viel durchzuhören. Das ist die Arctic Thunder. Aber, äh, lief dann doch letzte Woche in der, äh, Vorbereitung nochmal durch zur Erinnerung. Und gut, nein, ist ein gutes Album. Also, die sind jetzt wieder ein bisschen weg von diesem Punkigen und wo Fenris halt erzählt, dass er nur noch im Garten sitzt und Schnecken sammelt. Dass, äh, dass er eigentlich nur noch Platten sammelt. Ich glaube, mittlerweile hat er aufgehört, so exzessiv Platten zu sammeln, weil er sagt, er kann das sowieso alles nicht mehr hören, was er da jetzt alles so zusammengesammelt hat. Ähm, aber das ist ein gutes Black-Metal-Album. Und natürlich ist, äh, das, 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 das mir jetzt wirklich, als ich das alles nochmal konzentriert, im Sinne von, ich mach ne Show drüber durchgehört hab, es ist wirklich erstaunlich, wie unglaublich, äh, gute Riffs, also nicht erstaunlich, wie gut, doch man muss mal auf die Riffs achten von Dark Song. Und die sind so stark, da sind so gute Sachen dabei, was dann auch Dark Throne von vielen anderen Black-Metal-Bands, die so klingen möchten wie Dark Throne, unterscheidet. Na, also, äh, du kannst natürlich, ich kann auch Transylvanian Hunger irgendwie auf der E-Gitarre spielen so. Klingt halt aber auch wie Knöppel aus dem Sack. Ja, und, äh, das, äh, da gehört schon was dazu. Da kann man natürlich auch noch drüber sprechen, so, das sind dann, äh, das ist nicht so ganz musikwissenschaftlich, aber inwieweit man da so eine gewisse Geisteshaltung hat, oder, äh, inwieweit man dann einen gewissen Sound auch näher kommt, oder ob man als sehr guter Musiker so ein Album wie, ja, Under the Funeral Moon auch komplett kopieren könnte und selber, ich sag mal, äh, vom, ihr wisst, was ich mit der Geisteshaltung meine, ne, so gar nichts ermutigt. Aber das ist so, das sind eigentlich, äh, sind das irrsinnig blödsinnige, ähm, Gedankenspielereien, weil solche Fragen stellen sich ja auch gar nicht. Und, äh, meine Erfahrung ist, und, äh, das habe ich durch mich selber auch bestätigt gesehen, es ist schon enorm wichtig, wie es einem selber geht, äh, gerade wenn man Musik schreibt, mit der man auch was rüberbringen möchte, ne, und, äh, wenn es einem gerade auch so ganz gut geht und ich sag mal, man einfach Spaß hat, im Garten viel zu machen und das Leben einfach ein bisschen läuft, dann, äh, nimmt man kein radikales, böses Black-Metal-Album auf, wo man den ganzen Hass auf die Gesellschaft rauslassen kann. Also, so ist das. Wir kommen zum Letzten. Sie sind, Sie arbeiten wohl wieder an einem Neuen. Old Star. Ich sag's ganz ehrlich. Ach, das ist mittlerweile auch so eine Frage, ne? Ich sag's ganz ehrlich. Und, bla, natürlich sag ich das ehrlich. Was soll ich sonst sagen? Ich lügen. Ich dachte, das wäre eines der geilsten Dark-Show-Alben seit langer, langer Zeit. Muss aber gestehen, dass ich das Album zwar, äh, ich hab's gekauft, dann auch ein paar Mal gehört, fand's auch richtig geil danach, aber auch unangerührt gelassen hab. Da sind gute Sachen dabei. Ich glaub, die Hardship of the Gods ist gut. Und, äh, grundsätzlich hast du hier wieder auch bei dem einen oder anderen Song ein wahnsinnig starkes Riffing. Für mich ist es durchgegangen. Und wenn wir überlegen, wie viel Dark-Show-Alben mittlerweile raus haben, ne? Also, äh, das ist... Ich hab mir das hier ja so aufgelistet, so. Das ist eine unfassbar, äh, umfangreiche Diskographie. Und in einem, nee, engen Korsett würde ich gar nicht mal so sagen. Ja gut, vielleicht in diesem engen Korsett von, ich sag mal, irgendwas zwischen Black-Metal, hartem, extremen Metal und Rauermusik. Da haben sie schon die Grenzen sehr stark ausgelotet. Und was an Dark-Show-Alben einfach bleibt, und da könnt ihr ja gerne zu Perkyo-Wilder, Perkyo-Wilder, ach, ähm, gerne erzählen, was, äh, was ihr dazu, äh, denkt. Oder was jetzt auch so diese, eine gewisse Mittelfase von Dark-Show-Alben. Wo ich finde, wo sie, also, äh, ich hatte jetzt gesagt, äh, belanglos. Als ich mir die ganzen Sachen nochmal durchgehört hab, hab ich schon, das sind schon gute Alben. Aber es kommt halt nicht so an diese richtigen, ja, die, wirklich die ersten vier Black-Metal-Alben heran. Und wenn ich dann überlege, so, äh, die Trilogie, die Punk-Trilogie und das großartige Album davor, da war dazwischen schon irgendwo, ging so ein bisschen so rein, ne? Aber sagt doch mal eure Meinung dazu. Kinder, Freitag, Samstag, Stream, 20 Uhr, entweder YouTube oder Twitch. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Wir werden das jetzt heute testen. Ähm, hab ich irgendwas vergessen? Nö. Endlich mal wieder eine Mittwochs-Show? Kinder, lasst euch von niemandem ärgern. Wenn ihr die ganze Zeit zu Hause seid, überlegt euch, strukturiert euch das alles ein bisschen, macht es euch einfach schön, guckt mal, was ihr sonst, zu was ihr sonst nie kommen würdet. Hört ein paar schöne Alben, guckt ein paar Serien, keine Ahnung, was das da alles so gibt. Also, äh, Ragnarok zum Beispiel auf Netflix hat mir gut gefallen. Doch das war eine, eine sympathische, nette, kleine Sendung ohne was. Guckt einfach nochmal Twin Peaks zum Beispiel. Die dritte Staffel von True Detectives ist eine wunderbare Sache. Die bezaubernde Natascha und ich haben jetzt innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, acht Staffeln shameless durchgeguckt. Das wurde jetzt so gegen Ende so ein bisschen belanglos, leider. Wobei ich sagen muss, das ist schon wirklich eine gute Serie. Und ansonsten, hört Mucke. Und versucht mal so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Das ist manchmal ganz spannend. Macht's gut, Gellas. Gut. Gut. Vielen Dank.